Mitentscheiden und Mithandeln in der Kita Demokratie ist, wenn nicht immer einer bestimmt, sondern alle das Recht haben, ihre Meinung zu sagen. Und wenn das, was gemeinsam entschieden wurde, dann auch zusammen umgesetzt wird. Was in der großen Demokratie gilt, kann auch in der kleinen Demokratie der Kita funktionieren. Kinder haben nämlich auch eine Meinung zu vielen Dingen, die sie betreffen. Sie wollen gerne mitentscheiden und vor allem auch mithandeln. Bei kleinen Dingen wie der Frage, was es zu essen gibt und wie der Tisch gedeckt wird. Aber auch bei großen Entscheidungen haben sie gute Ideen. Wie wird der Gruppenraum eingerichtet? Wohin geht der nächste Ausflug? Oder wer soll die neue Erzieherin werden? Für die Kinder ist es nicht banal. Kinder übernehmen gerne Verantwortung. Ob bei der Planung des nächsten Sommerfestes oder der Frage, was soll die neue Erzieherin eigentlich alles können? Kinder haben gute Ideen. Aber wenn sich Kinder engagieren und mitentscheiden sollen, dann brauchen sie Erwachsene, die sie mitentscheiden und mithandeln lassen. Erwachsene, die ihnen zutrauen, gute Ideen zu haben. Große, die den Mut haben, sie an den vielen kleinen Dingen im Alltag der Kita zu beteiligen. Erwachsene, die sich Zeit nehmen und nicht immer schnell selbst entscheiden und machen. Wenn Erwachsene das so machen, sind sie häufig ganz erstaunt, welche guten Ideen Kinder in der Kita und darüber hinaus haben. Und sie staunen, was Kinder alles können. Damit die Kinder in einer demokratischen Kita mitentscheiden und mithandeln können, brauchen sie Erwachsene, die gelernt haben, sie zu beteiligen. Indem sie zuhören, mit ihnen auf Augenhöhe sprechen, geklärt haben, welche Rechte Kinder haben und verlässliche demokratische Strukturen schaffen, zum Beispiel durch regelmäßige Gruppenversammlungen oder ein Kinderparlament, wenn es um Dinge geht, die mehrere Gruppen betreffen. Wenn pädagogische Fachkräfte Kinder mitentscheiden lassen, lernen sie schon in der Kita, was Demokratie ist, indem sie selbst ernst genommen und als Demokraten behandelt werden. Und sie lernen, dass es sich lohnt, sich für sich selbst und für die Gemeinschaft zu engagieren. Und sie lernen, dass es sich lohnt,